Wir, die R&V, suchen moderne, innovative Talente als duale Studenten für die Fachrichtung BWL-Versicherung. Das Studium ist aufgeteilt in einmal BWL und einmal Versicherung. Also man hat so ungefähr 60% BWL und 40% Versicherung. Viele Wirtschaftsfächer, ein bisschen Mathe ist auch dabei. Also es ist eigentlich ziemlich vielfältig. Es gibt einen genauen Ausbildungsplan. Allgemein ist sehr gut strukturiert. Ich bin jetzt in der vierten Praxisphase, da bin ich schon sehr selbstständig. Ich habe auch meine eigenen Kunden schon, wo ich mich auch so vorstelle als ihr Ansprechpartner. Die R&V ist ein besonderer Arbeitgeber, weil da diese Gemeinschaft im Fokus steht und diese Begeisterung. Vom Arbeitgeber her ist es auf jeden Fall das Beste, was mir hätte passieren können. Also das sage ich nicht nur so, das meine ich auch so, weil das ganze Thema Familie und Sicherheit und man kann sich aufeinander verlassen und man wird auch als Mensch so ein bisschen gesehen, das ist hier halt top. Studieren bei uns ist ein Erfolgsmodell, von dem her einfach nur bewerben. Und wir freuen uns drauf.